Hallo Leute, wir mussten gerade, ich wollte eigentlich nur Vardrak anzünden, hab den Typen da angezündet. Leider musste ich ihn dann durch meine Armee von lebenden Toten, die mal gelebt haben und jetzt tot sind. Oh! Du bist so schlau, Lassi. Zumindest reißt uns die Frau an. So. Ja, wir können hier nach und nach anscheinend jeden töten. Oh, aber den können wir noch anquatschen. Nee, da oben könnten wir auch nur töten. Die Allianz, die dem höheren. Ach, das ist ja immer noch der gleiche. Tekla kann sogar noch sprechen, obwohl sie tot ist. Sehr schön. Wo muss das? Dolph. Du, ich brauch etwas geistigen Frieden. Medikiert ihr mit mir? Jo, gerne. Ich finde es cool, dass er Dolph heißt. Was? Das siehst du als kriegerischen Akt? Tja, ich würde mal sagen, hier. Sieh das als kriegerischen Akt. Nicht zu weit rüber, sonst musst du gegen den Soldaten auch noch kämpfen. Du sollst nicht mich immer mit deinen scheiß Blitzen töten, Junge. Das würde mich nicht wundern. Das ist doch so ein schöner Wald. Ich wette, wenn wir keinen getötet hätten, dann hätten wir irgendein Schiff mitbekommen. Manne kennt ein Geheimnis, von dem sonst keiner weiß. Das ist bestimmt Manne. In einer späteren Stufe. Weißt du was? Nein? Weiß ich nicht. Wollte mit den Leuten noch anreden. Hier. Metzelt die Frauen nieder. Frauen und Kinder zuerst. Da bekommt dieser Satz einen ganz anderen Weigelschmack. Wie er dich auslacht, wo du von Frauen verprügelt wirst. Was hilft dagegen? Das da. Ich möchte gerne so ein Schwert von den Untoten haben. So, ich wollte gerade hier noch mit jemandem reden und du hast die... Rue Camembert. Ernsthaft? Es ist alles. Also ob das du niemand angreifst. Ja, aber wir haben schon lange keine Geheimnisse mehr gefunden. Aber ich glaube ich, dass hier ein Geheimnis ist. Sieht sehr witzig aus, wenn du eingefroren bist und dann versuchst schnell zu laufen. Ach, hier hätten wir auch so durchlaufen können. Okay. Ich hätte vielleicht aber Schaden gekriegt von irgendwas. Oh ja, bitte. Hier. Achtung. Was? Und... Ich bin tot. Kannst du bitte nicht sterben, bevor der Stein wirkt, damit wir unseren Geist nicht verlieren. So. Ich kann das auch. Was? Ich... Ich... Ich kann das nicht. Stopp nur die Aufnahme kurz. Schiff. Ja, ich bin tot. Leute, äh... Leute, äh... The Vardrag ist kurz weg. Ich bin tot. Ich muss jetzt also alles alleine machen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Außer nicht sterben. Ähm... Das da. Kann ich versuchen. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Dämon ist, der... Ja, okay. Der nimmt Lebensschaden. Sehr schön. So. Jetzt sind wir tot. Jetzt, äh... Da bin ich wieder. Ja, du stoppst einfach mal kurz die Aufnahme und lässt mich da alleine. Ja. Ich weiß nicht, wie lange die Folge ist und musst du mir sagen. Vier Minuten und 58. Ich bin immer noch in der Aufnahme. Du musst also irgendwie eine Pause reinschneiden. Äh... Ich habe keine Ahnung. Irgendwie hat es geklingelt, aber keiner war vor der Tür. Das nennt man Klingelstreich, wenn die Leute wirklich wegrennen. Wo soll ein Klingelstreich nicht davor stehen bleiben? Nein. Das hast nur du gemacht, weil du ein kleines, dummes Kind warst. Ja. Lass es weiter machen. Ja, wir sind gestorben, aber ich habe rausgefunden, dass der Typ Lebensschaden nimmt. Ach was, das sind alles Dämonen in diesen Dinger. Ja. Dunker, dunker, das wäre alles. Okay, wir können gleich wieder hier anfangen. Okay, du wirkst wie Zauber. Moment, was? Nein, du kriegst mal keinen Skype-Anruf. Nein, du kriegst mal keinen Skype-Anruf. Scans, andere Freunde sollen dich in Ruhe lassen. Du hast keine Skype. So, oh! So, meine Leute, bitte mal. Ich glitzere. Genau, immer lauf genau in meine Richtung. Sein Hammer hat so einen Feuer-Inferno-Mode. Beast-Mode sozusagen. Oh, und er füllt sich im Leben auf. Ähm... Oh, bei der Fall, ich verheilt er mich nicht. Ja, nein! Aller zurück zu müssen. Ob der Todschaden macht? Acht. Was? Ja, ich hatte gerade die falsche Kombination drin. Macht dein Stein ihm Schaden? Welcher Stein? Nein. Ich bin nur Verbündeter. Schade. Oh. Wie, bitteschön, soll man den denn schnell genug, ohne zu sterben? Nein. Ich hatte mir doch gerade ein Schild gemacht. Das bringt nichts. Er hat... Natürlich heilt er sich. Habe ich doch gesagt, hörst du mir nicht zu? Deswegen sollten wir zwei nicht in die gleiche Richtung laufen. Und vielleicht unsere Strahlen kreuzen. Wir haben ihn gleich. Ja. Genau, lenk du ihn ab und überlebe. wir haben ihn gleich endlich hell axt schiff zum rechtsklick die hell axt äußerst heiß in der hand geringer physischer schaden mittlerer feuer schaden ich hasse nahkampf waffen ja ich hätte gerne meine meine gyrojet pistole wieder wir sind auch wieder aus das kappel treffen ja du nimmst du du heizt dich dadurch wieso wieso hast du vielleicht hast du vorher resistenzen drin sie haben es auch mein kostliches kebab abgesehen bitte helft mir den wagen zu verteidigen ich habe zwei kinder zu ernähren ihr soll doch belohnt werden verdammt ich bin ganz schlecht in sowas übersprungsverhalten töte mich nicht wahrtrag bewahre den kebab stand und wir lebe mich wieder wir haben übrigens den kebab stand nicht bewahrt ne die konnte ich nicht er beschwören wir hätten bestimmten kebab bekommen wir hätten der gerät als waffe bekommen warte mal ähm avenue de baguette und da avenue de croissant und wir kommen ja aus der rue camembert geben wir croissant oder baguette da ist doch doch ein gegner hinten da ist doch kein gegner da ist doch gerade jemand noch gesehen da hinten du siehst gespenster wo gehen wir lang baguette oder croissant ähm ok croissant da war übrigens tiefes wasser die eiskönigin die eiskönigin die eiskönigin die macht ganz schön schaden und die heilt sich wieder so ja moment sehr gut was die getötet der auch opfern müssen gebracht werden du hast auch gesagt allerdings kamen die von da ich bin mir nicht sicher lauf natürlich kommt er noch ja natürlich gibt mir meine toten gibt mir meine untoten wurden du hast gerade meine untoten wurden getötet und nicht angezündet und dann kann sein erst tötest du mich immer mit deinem scheiß blitzen jetzt mit dem feuer ich weiß übrigens nicht ob es gut ist dass wir hier lang gegangen sind und vielleicht hätten doch erst in die andere richtung gehen sollen aber jetzt einmal hier wahrscheinlich auf beiden wegen ist gleich dann kommt die nicht vorbei kammerjäger gewertigt den tod oder so ich hab dich doch gerade erst wieder beleben ich bin dankeschön ich bin lebendig wollte ich sagen verdammt ich wollte gerade ich habe gerade in dem moment auf die leertaste gehämmert warum sterbe ich gerade jeder stein macht das kann das auch schon Oh, habe ich ihn getötet? Ich weiß es nicht. Ne, den Zauberer meinte ich eigentlich. Achso, Dennis war ich auch. Was ist das da? Siehst du das? Was? Okay, anscheinend nicht. Das Leuchten? Genau, das Leuchten. Das ist von der Fee. Wieso ist es noch da? The Shining. Ja, das ist von der Fee. Das war erst auch schon. Mitten auf dem Wasser. Ich glaube, ich habe Angst, da rein zu laufen. Ah, da kommt unser Geist hinterher. Gegensätzlich Elemente heben sich auf. Macht euch dies zu Nutze, um rasch eure Zauberfolge zu löschen. Ach Gott. Jeden Tee? Der Großzauberer? So, Tine Papere meckere. Also, das ist der letzte Großkarte verboten. Ist noch schlimmer als das, die wir schon zerstört haben. In den Falschen Händen könnte sogar die Macht von Lock brechen. Ja, Moin. Das ist sowas schlimmer als Vortex. Vortex! Viel schlimmer. Estelle. Vulevu Parkett. Uns bleibt noch... Vulevu Parkett? Möchten sie Parkett? Woh, Vortegiton. Megvanner. Wer da? Das ist der König, der Menschenkönig. Ernsthaft. Das muss der Wesen am nervigsten sein. Hä? Das ist Wasser. Da ist Wasserelement auf dem Boden abgebildet, oder? Ne, das ist Feuer, oder? Keine Ahnung. Idiot. Wir sind wichtig. Die Verteilung ist nicht der Stadt genügend. Im Namen von Gerechtigkeit, Frieden und Wohlstand werden wir die Allianz rächen. Nein. Die Welt. Da könnt ihr sie gerecht haben. Wir sehen nicht tatenlos zu, wie er gegen unseren Anführer zieht oder unsere strahlende Zukunft befleckt. Wobei ich nichts sagen könnte, was schlimmer wäre. Der Zaun der Warnier, wenn sie nicht für Lok einstehen oder die Begegnung mit diesen Eindringlingen. Ja, wenigstens haben wir bei diesen beiden Zaubern eingeschaut. Das ist sowas klein, aber es geht nicht. Nehmt ihnen die Häuten. Nehmt denn unsere Häuser, verbrennt unsere Ernte. Doch niemals werdet ihr die Leinen mit unserer Wäsche zerschneiden. Was? Was? Gut, gut. Es führt keinen Weg dran vorbei, was? Dann kommt jetzt mit diesen Magik der letzte Dreh. Okay, ähm. Oh Gott! Das ist die Magik, die Gekko letztens schon mal eingesetzt hat. Okay, einmal gestorben. Der Stein macht das schon. Oder du machst das. Ah, da nimmt sie keinen Schaden als Todesfee. Ah, da nimmt sie keinen Schaden als Todesfee. Ich bin kurz tot. Ah, sehr schön. Verdammt. Komm, mach das. Nein! Bam! Ich habe den Vortex bei mir beschworen. Das wollte ich nicht. Verdammt. Sie beschwört ständig Tod? Ich muss einfach mal Leben bei ihr irgendwie rein, Carsten. Sehr schön. Was? Ach, diese scheiße Zwerge. Wenn du nicht so verdammt zäh wärst. Ja, was mache ich denn eigentlich immer hier? Ah, ich habe die Falle fast die ganze Zeit gehämmert. Oh, und ich darf auch nicht auf dich schießen. Ah, aber ist das ein Todesfee, denn? Warum schreibt sie dauernd Creme Prület? Okay, die ist fast erledigt und natürlich Okay, die erste haben wir Der König haben wir dann die Autos zu holen Der König ist auch im Tod Ah, das wollte ich gerade machen, Junge Ich wollte dir gerade einen Stein ins Gesicht schmeißen Nur die komischen Magier machen Oh, dem bin ich direkt von die Flinte teleportiert Okay, was ist hier? Geht drauf Geht drauf Ja, da bleibt ich ja Ah, der Stein macht das Überleben Cool down Oh, überleben Nach und nach Geht drauf Na ja Achso, ich bin ja wieder da Ich will die Zauberer angreifen Was? Wie hat der mich gerade unterbrochen hier? Achso, wenn der mich angreift also Im direkten Kampf Im direkten Kampf Okay, euer Schaden für fast keinen Ich habe die Barriere beschworen, warum renne ich denn da rein? Was? Was? Ja, davon habe ich ihn fast getötet Mit meinem Schwert Ich liebe Nackt Kampf Was? Wenn? Stopp! Enden! Licht! Sehr schön Das müssen wir nur noch die drei da töten Übrigens liegen bei mir die meine eigene Leiche nicht mehr Die Königin liegt bei mir immer noch da Ja 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 Hallo Vlad Offenbar komme ich gerade recht Naja Kraft, lass mir die Königin Die Königin Es muss es sein In komplexer Verschlüsselung verfasst Damit die Toren es nicht erfahren Ich muss es wissen, denn ich war im Magik Orden derjenige der die Technik entwickelt hat Wisst ihr das Geheimnis ist? Man muss es auf den Kopf lesen Nur zu Lest und lernt Ich kann es nicht allzu lange hoch halten Äh, what the fuck? Ich bin fast froh Es ist eine Zeit Lock zu stellen Und eine Armee von Vanir Und den Rest der Allianz Auf Schloss Vanir Hall Hä? Oh, da ist ein Zwerg Oh nein, nein, da ist ein Zwergstock In der Waffe von der Hände und Echse So, also wir haben einiges gelernt Bekommen und wie auch immer Und sind endlich mal wieder nicht zu kurz Und dann haben wir wieder eine Folge, die länger ist Da die hier Ich kann doch nichts dafür Eben, du bist einfach hingereit, um dir das Magik zu holen Ja, weil du gefragt hast, was müssen wir denn jetzt machen Und der hat gesagt, schnell lest es Ich kann nicht so lange hoch halten, ja? Ach, der ist doch Der ist so lange schon ein Nicht-Vampir Das geht doch schon Ja, also, ich würde sagen Das war's für heute Egal, ob er ein Vampir ist oder nicht Jetzt gehen wir erstmal Gecko ganz kurz ärgern Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Tschüss! 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 rem